Den krieg ich mittlerweile gut hin, eigentlich. Ja, ich verstehe das nicht. Ich guck dir einfach gleich beim nächsten Mal richtig genau zu. Jetzt bin ich da gerade. Jetzt kannst du gucken, wenn du willst. Ja. In der hinteren Ecke stehst du. Okay, jetzt hab ich's nicht geschafft. Ich mach einen kurzen Sprint und dann gegen die Decke springen und dann landet man da. Wenn man's da im richtigen Timing gemacht hat. So, jetzt wieder. Oh, schon wieder nicht. Alter, Mann. Alter, Jump'n'Run ist wirklich harte Nuss. Nee, aber wir haben ja schon eine Etage oder ein Gebiet hiervon geschafft. Also ich find das auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung, dass man da vielleicht schon mal die Checkpoints etwas früher immer gesetzt hat. Obwohl ich die hier auch schon wieder etwas zu nah, zu spät finde hier bei dem Level. Weil du warst ja vorhin schon wirklich extrem weit. Und dann bist du runtergefallen und warst wie am Anfang. Die meisten Jump'n'Rons haben einfach so einfache Sprünge. Und das Problem ist, dass jeder Sprung hier einfach so ein schwerer Sprung ist. Ja, ja, stimmt schon. So, und... Boah, Mann, ey, ich verzweifle. Ich krieg hier auch gar keine Freiheiten mehr, weil ich immer den gleichen Sprung machen muss und immer am gleichen Sprung fail. Ich bin jetzt wieder, wo ich eben war. Schön. So. Ja, endlich. Nein. Nein, zwei Sprünge vorm Ende bin ich runtergefallen. Nee, was haben wir denn hier für Sprünge? Ja, die sind richtig assi da nochmal. Wie geht denn das? Ähm, du musst rechts an der Stairs dann springen, dass dein Kopf dann sozusagen durchpasst. Nee. Geht das? Ja. Ich hab's eben fast geschafft. Boah, wie gemein. Das ist so richtig gemein. Oh, Alter. Alter Schwede. Guck mal, wo ich bin. Nein. Nein. Wehe, Gomme, wehe. Hast du den Sprung hier, oder warst du hier schon mal? Ähm, ich kann gerade schlecht. Ja. Nein. Checkpoint. Nein. Checkpoint, oh yeah. Das schaffe ich aber jetzt noch. Du hast ja auch eben zurück geschafft. Okay, da liege ich wieder vorne. Nein. Oh, da bin ich ein zu weit gesprintet. Nein. Oh. Gomme, du Jump'n'Run-Pro. Du. Danke, danke. Nein. Nein, ich ableiten lasse hier. Ich konzentriere mich weiterhin. Ich kann hier gern ein paar Creeper neben dir spawnen lassen. Ja, ich kann ich auch neben dir, Mann. Du hast mir vorhin eine OP gegeben, ne? Ich erinnere dich nur mal dran. Oh, scheiße. Nein. Bevor du hier wirklich noch auf dumme Gedanken kommst. Na, kommt schon. FBS da. Boah. Nimmst du eigentlich gerade mit Shader auf, oder so? Äh, nein. Boah, schon wieder der Sprung. Okay. Ich weiß, wie ich den mache. Also, ich scheitere jetzt hier dran. Ich bin total am Verzweifeln. Verdient. Nein. Komm schon, FBS. Wo bist du? Nach da hinten, okay? Ja, ich krieg's nicht hin. Nein, schon wieder nicht. Ich muss später abspringen, Leute. Ich muss wirklich viel später immer abspringen. Nein. Und da war es schon wieder zu spät. Sind die Sprünge dort schwer, oder? Äh, die Anfangssprünge. Find ich schon schwer. Jetzt steht der Map-Entwickler mir da so halb im Weg. Weg. Oh. Hier, Leute. Die Verbindung. Das war eben so ein kleiner Ping-Test. Mit dem Knopf. Oh, schon wieder der Sprung. Schon wieder der Sprung. Okay. Die Map, die Map, die möchte mich herausfordern. Nicht du. Die Map möchte mich herausfordern. Alter Mann, ich bin so konzentriert. Aber ich, eben an dem Sprung, wo du eben gescheitert bist. Jetzt scheite ich die ganze Zeit dran. Der ist den Fluch irgendwie auf mich übertragen. Mit der Leiter? Ja. Jawohl. Boah. Und ich schaff den, die einfachsten Sprünge schaff ich hier nicht. Ähm, Manu. Ja, ich schaff hier auch grad die einfachsten Sprünge nicht. Wirklich. Nein. Ich bleib einfach beim nächsten Sprung stehen auf der Stufe. Genau so mach ich das. In der Hoffnung, dass ich... So, den hab ich. Bleib ich hier drauf stehen. Endlich bin ich jetzt mal ein bisschen weiter. Nein. Oh. Richtig frustrierend. So, komm mal. Guck mal, wo ich bin. Nee, ich guck lieber nicht. Wir machen ja hier einen Wettkampf. Einen Sprung, einen Sprung noch. Wenn ich ihn jetzt... Ach, ich hab's geschafft, Gauber. Nein. Doch. Ich hab's geschafft. Ah, endlich. Ich hab aufgeholt. So. Und die Sprünge hier, die magst du ja wahrscheinlich. Die kannst du wahrscheinlich, dann wäre richtig gut. Boah, die regen mich grad extrem auf. Was einen richtig deprimiert, wenn man einfach den gleichen Sprung die ganze Zeit immer wieder machen muss. Ja, genau wie ich hier grad. Der blöde Anfangssprung. Ja, der ist... Ich komm hier nicht weiter als zwei Sprünge. Du auch nicht. Nein. Ja. Schon mal etwas besser. Okay. So, endlich. Ja, endlich. Leitersprüngung. Oh, nee. Hey, die mag ich. Die sind eigentlich recht einfach, finde ich. Man muss einfach nur um die Seite und dann Umschalttaste. Ja, danke für den Tipp. So. Oh, nein. Du, du wärst mich, du wärst dich selber dafür... Hast du geschafft? Ja. Nee. Ja. Ja, Mann. Endlich. Wie du noch aufgeholt hast. Okay. Okay, Gleichstand wieder. Ich hatte ja davor einen Punkt Vorsprung. Jetzt haben wir wieder Gleichstand. Ich kann mich auf keinen Punkt mehr ausruhen wie eben gerade. Und dann wieder Schalter umlegen. Und weiter geht's. So, jetzt mal was anderes als eine Pistentür. Hm? Da ist noch ein Schalter. Aha. Hä? Nicht bewegen. Nicht bewegen. Hä? Ah, geil. Ach so. Das ist ja cool. Geht das nicht bei dir? Nee, ich seh dich aber nicht mehr. Äh, drück doch auch noch mal auf den Knopf. Äh, ich werd da schon durchgeschoben. Ja, ja, ich auch. Oh, geil, Mann. Ach so, dann sehen wir uns gerade irgendwie nicht. Wie lange das wohl gedauert hat hier mit den Pistons. Das ist geil, das kenn ich. Das ist wirklich Sekundenarbeit. Okay, jetzt gerade häng ich aber irgendwie im Block fest. Verdammt. Das passiert mal. Ich tp dich dann einfach gleich. Ja, das passiert manchmal. Da kann der Entwickler nicht so. Bist du angekommen am Ziel? Nein, bin ich nicht. Ich steck hier mitten in der Welt. Mitten in der Pampa. Aus Wolle. Tja, du bist mehr dran mit Vorlesen. Stimmt. Ähm, Erklärung. Ihr müsst verschiedene Rätsel lösen. Pro gelöstes Rätsel bekommt ihr ein Item. Dies muss man dann in das davor gesehene Loch werfen. Viel Erfolg. Symmetrie. Yeah. Oh, oh. Werdst du ein Rätsel? Ja. Okay. Ich wäre bereit. Komm. Ja, ich auch. Dann müssen wir hier Gomme jetzt vernichten und schlagen. Wahrscheinlich verliere ich jetzt. Das wäre feindlich. Na. Ich habe mir die Karte hier angeguckt. Daher weiß ich schon mal den Anfang. Ne, ausländisch habe ich nicht gelernt. So. Ähm. Okay, und das hier wird schon schwieriger. Einmal den hier machen. Dann den glaube ich. Ne, doch nicht. Der nicht. Der war falsch. Erster geschafft. Wie geht denn das hier nochmal? Ich glaube. Ach ja. Genau. So. So. Ähm. Wie geht es jetzt hier weiter? Oh, da. Hä? Ne, warte mal. Wie geht denn das? So. So vielleicht? Und so. Geschafft. Nein. Doch. Ich bin beim dritten Rätsel. Nein. Verdammt. Ja. Toll. Hier. Das kann ich überhaupt nicht, Mann. Komm schon zu einem Block. Oh, ne. Da muss man mit so Raids dann das so durchmachen. Hm. Hm. Irgendwie passiert hier gerade nicht viel bei mir. Oh. Aber ich. Ich gebe dir einen Tipp. Du musst vier umlegen. Aha. Ja, toll. Ah, okay. Hier muss man so Timing machen mit den Raids. So ganz schön hintereinander damit. Nein. So. Ich bin auch einen weiter. Wunderbar. Oh, nein. Okay. Die. Ah, ich hab. Die fährt. So. Die irgendwie fährt die gerade überhaupt nicht bei mir. Ach, doch. Ja, toll. Meine Verbindung ist hier manchmal heute gerade irgendwie richtig schlecht. So. Aber bei mir einen Skyplexen nicht. Eigenartig. Nein. Torben. Meine Rail ist Schrott. Den Bug hatte ich, ähm, denn einmal eben gemeldet. Wenn man später mit dem Minecart da, muss man mit dem Piston so den Rail dahin schieben, dann geht jemand schon kaputt. Okay. Habe ich hier einen Checkpoint? Ja, ich hab einen Checkpoint erreicht. Ja, geil. Okay. Was macht man hier? Den gelben. Okay. Ich so. Nein. Oh, wie knapp. Wer hat das denn? Oh, nein. Das war ja mal richtig knapp. Okay, das geht noch. Oh, oh. So, das Minecart fährt da noch. Okay. Ja, ich hab's bereits geschafft. War's schon wieder nicht? Nee, ne? Das gibt's doch nicht. Ja, ich hab's geschafft. Komplett? Ja. Ne. Doch. Ich auch, ich auch, ich auch. Aber ich hab ein Item schon eingeworfen, alle. Nein. Nein, oh, schade. Och, das war so knapp wieder, wieder ein richtiges Kopf. Ich war auch gerade am Item einwerfen. War wieder ein richtiges Kopf an Kopf rennen. Nein, noch, schade. Aber, wie steht's, ein Punkt für dich. Du stehst gerade, weil du führst mit einem Punkt. Das geht ja noch. Das Ganze wird ja eh entschieden erst beim Battle. Ja, ja, stimmt. Hier soll ja noch ein Battle kommen. Oh yeah, Battle Time. Erklärung. Äh, ihr müsst euch mit einer Blume oder Rose gegenseitig von einer Plattform schlagen. Wer den anderen als erstes dreimal hinunterschlägt, hat das Spiel gewonnen. Oh, das ist gut. Der Kapsel laufen, aha. Ah, Blume des Weißweiß. Das ist ja cool, Blume des Weißweiß. Die ro... Hallo? Die rote Rose des Pommes ade. Vom Pommes ade. Die Blume des Weißweiß, das ist ja cool. Unglaublich. Pommes ade. Der war ja, äh, hat ja das Strolling gemacht. Unglaublich. So, dann, äh, viel Glück. Äh... Was hatten die drauf? Rückstoß, okay. Gut. Ja, genau. Viel Glück. Dir auch. Du wirst es brauchen, mein Freund. Ja, du hast recht. Wow. Bist du drunten? Bist du unten? Ja, okay. Die... Ich hab... Das ist nicht so erwart, dass sie so weit wegschlägt. Jawoll. Noch zwei Leben. Spieler 2 hat noch zwei Leben, okay. Hä? Okay, da sind wir wieder. Achtung. So, aber jetzt. Alter. Geh doch mal runter hier. Komm mit Force Field, ich weiß es. Na komm. Geh runter hier, na komm Weiß. Na komm, na komm, na komm. Du weißt, wo der Ausgang ist. Ja, du auch. Alter da. Na, mich bekommst du hier nicht runter. Ja, mich auch. Nein. Doch, dich schon. Denn beim Battle, ja, da werde ich abstauen von uns beiden. Vielleicht nicht beim Redstone, aber beim Battle, jawoll. Nein. Ein Leben noch, ne? Ich weiß noch nicht, wie es mit dir steht, ne? Aber ich hab noch drei Leben und du eins. Aber, ähm, ich werd das jetzt gewinnen noch. Ja, ja, bestimmt. Komm, ich möcht's ja für unsere Zuschauer spannend machen. Ja. Na komm. Nein, das gibt's doch nicht. Da ist er unten, jawoll. Das gibt's doch nicht. Damit hätten wir doch eigentlich wieder Gleichstand von den Punkten her, oder? Rein theoretisch. Spieler 1 hat gewonnen. Okay. Zum Ausrüstungsraum. Verstehe. Ach komm, noch ein Battle? Ja, jetzt kommt das Hauptbattle. Das ist ja das Richtige. Jetzt bekommen wir, ähm, die Spieler, die gewonnen haben, unsere Kisten als Belohnung. Damit kämpfen wir jetzt gegeneinander. Okay, ich habe hier Steinschwert und Fleisch. Aber wie geht denn das? Ey, das bekommt jeder. Du musst jetzt die Kisten da durchgehen. Und das sind die Sachen, die du als Belohnung bekommen hast. Gute Idee. Ich verstehe. Ja, geile Idee vom Mapperbauer. Respekt, Anred Mapperbauer. Ähm, du musst dich umdrehen. Hinter dir sind noch wichtige Sachen. Du hast, ähm, so Standardsachen bekommt man da. Ja, ja, habe ich bekommen. Steinschwert und Fleisch. Nee, hier vorne ist noch eine Lederrüstung, eine komplette. Ach da, okay, ja. Okay, danke. Wunderbar. Du wirst verlieren, mein Freund. Was hast du alles so bekommen? Dam, 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 da, 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 da. Ah nein, ja, genau. Du hast die zwei besten Rüstungsstücke. Guck mal, was ich abbekommen habe. Ich habe einen Stab mit Verbrennung und Rückstoß. Aber ich habe einen Bogen. Das ist geil. Ich habe ein eigenes Skelett. Wie geht denn das? Ich würde es jetzt nicht spawnen. Spawn your Skeleton. Aha. Mit Schutz 5? Nee, mit Schutz 9. Nee, mit Schutz 4. Ja, so rum. Hä? Okay. Wahrscheinlich kannst du spawnen und das greift dann an. Guck mal, was ich für Rüstung bekomme. Ich habe nur einen Helm und Schuhe bekommen. Du hast eine Brustplatte und eine Hose bekommen. Und ein Eisenschwert. Ah, nee. Ich habe Tränke, ich habe Tränke. Ich habe Instant Teal, Swiftness und Fire Resistance. Ja, oh, okay. Dann bringt mir auf jeden Fall der Stab hier schon mal nicht viel. Tja, dann, du wirst verlieren, mein Freund. Oh, wie episch. Ich bin ready. Das macht Spaß. Viel Glück, Pommi steht da. Hallo. Wie mich alle Pommes nennen. So, dann, ja, ready. So, du wirst verlieren. Bist du dann, da vorne. Da kommen wir nicht in die Nähe. Doch. Ich komme dir in die Nähe. Wow. Was hat der? Punch 2 hat der, glaube ich. Ja, ja, aber der macht mir nicht viel Schaden. Ey, die Skelette gehen auch noch auf mich hier. Ja, richtig. Die haben erkannt, was böse ist. Nein. Das greifen sie mich auch an. Jawohl, verdient. Aber ich habe ja noch genug Leben. Insofern. Na komm, Gomme. Na komm, du doch mit deinem Pfeil und Bogen her, Alter. Ja, Skelette macht mal Arbeit für mich. Ich habe euch ins Leben gerufen. Meine Skelette. Alter, der greift mich ja wirklich an. Ja, ja. Und du machst mir kaum Schaden mit deinem Billigbogen von Ikea. Ja, weil du auch die beste Rüstung hast. Na komm. Mein Bogen, aber Ikea ist toll. Nein. Oh. Ich glaube, ich verliere das. Ich verliere das. Na komm, ein bisschen auf Abstand halten. Ja, und schon wieder eingetroffen hier. Oh, haha, ja. Tu nicht so. Und? Na komm, auf Abstand halten. Ja, nicht mit dem Bogen, Alter, Mann. Verarsch mich nicht. Wie viel Herzen hast du das verloren, so? Ich habe gerade ungefähr vier Stück verloren. Nein, Spaß. Ja, Mann. Ja. Ich habe einfach... Sag nicht, du hast gewonnen. Doch, ich habe gewonnen. Ich habe einfach über da drüber geschossen. So, Spaß. Nee, nee, zum Finale steht hier. Ja, das ist jetzt Ende. Das Feuerwerk. Ich habe gewonnen. Nein, aber nicht. Doch, ich habe gewonnen. Das Feuerwerk. Hast du nicht gewonnen? Ja. Laber nicht. Doch, ist jetzt Feuerwerk. Was? Ja, Mann. Oh, wie knapp auch am Ende. Alter, du müsstest ansehen, der Aufnahme. Ich schieße den Bogen ganz einfach so aus Spaß darüber und treffe dich sogar. Ah, okay. Nee, schade. Richtig schade. Richtig geile Spieler. Aber wir hatten wirklich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Mir auch. Darum geht es, denke ich mal. Dann schaut auf jeden Fall bei Subzone.rp vorbei. Der hat wirklich ein Abo verdient. Deswegen auf jeden Fall mal vorbeischauen. Yo, genau. Feuerwerk nur noch. Oh ja, schönes Feuerwerk. Ach ja. Für mich. Hau ab. Nein. Ja, ja. Oh, ich habe gewonnen im Battle. Nee, also dann haut rein. Und schön mit. Tschau, Leute.